Wir spielen mal wieder ein bisschen. Jo, aber bei dem Action in der Singleplayer-Welt. Genau, Feed the Beast. Ich habe jetzt hier noch so einen Ingotts und Cole und so. Soll ich die hier einfach rein? Schmeiß es einfach rein, ja, ja, das geht hier alles ins Lager. Okay, ich brauche zu essen, glaube ich, mir da was. Ja, natürlich, es ist einfach nur, da ist alles, glaube ich, da. Ich weiß nicht, ob er das noch köcheln muss oder nicht, aber... Potato hast du nicht. Brot habe ich da auch drin, glaube ich. Sonst. Ach so, ja genau, wir wollten dir ja... Richtig, richtig, richtig. Da kannst du mal... Du kannst mal craften ein bisschen. Okay. Und zwar suchst du dir mal im Inventory... Suchst du dir mal Nano Boots, Nano Leggings und Nano Helmet. Nanosuit Boots. Egal welche davon? Ach, das muss ich wieder aufgeladen werden. Ja, du kannst nur die unaufgeladenen auswählen. Die laden wir nachher. Okay, Energy Crystal und Carbon Plate. Wolle? Wolle? Energy Crystal und Carbon Plate. Ach so. Wolle? Ja, wie macht man die denn? Ach so, ja, da muss ich nachgucken. Ja, genau. Energy Crystals macht man aus Redstone mit Diamonds. Ja, du brauchst, glaube ich, drei, ne? Moment, für... Ach so, ich legge es auch ein und für den Helmet auch, ja. Also, drei, äh, musst du drei Diamonds requesten und, äh, dreimal acht, 24 Redstone? Ne, dreimal neun, ne, dreimal acht. 24 Redstone, dann hast du schon mal die Energy Crystals. Also, Redstone, 24. Kann ich hier auch nur nochmal eingeben, ne? Ne, leider nicht. Musst du immer ein bisschen hin und her knallen. Request. Und Diamonds brauch ich drei. Und nicht Damond, Diamond, so. Äh, tup tup tup. Äh, ne, nicht 27. Ach, aber da kann man ja 10 noch machen. Jo. Request. Zack. Ja, okay. Ich glaube, ich muss die Musik mal ein bisschen leiser machen. Ich muss denn jetzt die Redstone nehmen? Hast du vielleicht nicht ausgewählt? Wird das sofort wieder rausgenommen, wenn man was anderes requestet? Nein. Vielleicht hast du da nicht das Kästchen drum ausgewählt, sondern, äh, einfach nur die Zahl eingeben und Request gedrückt, dann war aber nichts ausgewählt. Kann sein. Äh, Request, 6,324 Redstone. So, da war doch. So, und dann brauche ich jetzt noch Carbon. Genau. Und Carbon Plates. Dafür brauche ich Raw Carbon Mesh, was dann komprimiert. Raw Carbon Mesh kommt aus Raw Carbon Fiber. Raw Carbon Fiber kommt aus Cold Dust. Genau. Das heißt, du musst jetzt umrechnen. Ähm, 4 Cold Dust ergeben ein, äh, Raw Mesh und 2 Raw Mesh ergeben ein, äh, ähm, ein Carbon, nachdem es dann gedings wurde, kompresst wurde. Das heißt, äh, 1 zu 2, 1 zu 8, glaube ich, oder? 8 Kohle ergeben dann, ein, ja. Ja, genau. Ja, jetzt habe ich da rechts geklickt. 8 Kohle ergeben ein Carbon, soweit ich mich richtig erinnere. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14. 14 mal 8 sind 80 plus 32 sind 112, 112 Kohle. Jo. Ich renne hier so lange ein bisschen durch die Gegend. Ja, jo. Hatte ich so viel Kohle noch überhaupt? Ich glaube schon, ne? Ja, 250 Euro. Ja, wunderbar. So, nun wird das Ganze gemacerated wahrscheinlich, ne? Ne, kannst du pulverizen, geht schneller. Achso, ich brauche noch Glas, eins für den Helm. Also ich weiß nicht, du kannst natürlich auch aufsplitten, weil das ja eine ganze Menge ist, die pulverized werden muss. Also kannst du hier den Pulverizer und die Macerator benutzen. Okay, also, Pulverizer machen wir da mal den 1 Stack Kohle rein, ne? Ja, der ist schneller, ja. Einfach da in das blaue Feld? Einfach rein. Guck. Okay. Und das andere mach ich mal einen Maceerator, guck mal mal. Ein bisschen im Ruhrspiel. Äh, muss da unten noch was rein? Äh, ne, ne, die haben Energy hier alle. Achso. Alles gepowert. Ja, der Pulverizer geht natürlich ab, ne? Aber der verliert auch Energie. Die, wenn du hier, wenn du drauf guckst, die blaue Leiste an der linken Seite, ich weiß nicht, ob die bei dir auch blau ist. Ja. Die geht ja immer ein bisschen runter. Da drunter ist ein Electrical Engine, der, äh, weil, das ist ja das Schöne, die ganzen Sachen, die du ab hier in diese Richtung siehst, die brauchen EU. Und der braucht MJ. Ja. Das heißt, mein, äh, Geothermal Generator unten versorgt den nicht mit Strom, sondern da muss ein, äh, Engine dran, ein Electrical Engine, der da drunter steht. Okay. Ach, und übrigens weiß ich gar nicht, ob du das schon gesehen hattest, die, äh, das, ähm, ja, Logistics System, äh, powert sich hier mit Solar Cells hier draußen. Ach, das ist ja geil. Also da muss ich mich gar nicht mehr drum kümmern. Jetzt ist natürlich gerade Nacht und jetzt, wenn du jetzt hier auf das, auf die Logistics Power Junction hier unten klickst, dann siehst du, dass die nicht ganz voll Energie ist. Also weil es Tag wird, füllt die sich wieder. Ja, aber die lädt sich auf. Genau. Ja, cool. Ja, sollen wir mal eben schlafen gehen? Jo. Das gibt aber den, den Pulverize-Prozess nicht, ne? Nö, leider nicht, aber mich nervt, dass es Nacht war. Morgen. Moin. Frühstück? Äh, ja, warte. Ich hab' den halt gerade voll. Ach so. Pulverize-Rezer, 45 hat er schon, Messerator hat schon 7, 8. Ja, die Messerator haben sogar schon so, äh, ein Overclocker-Upgrade drin, dass die ein bisschen schneller sind. Oben rechts in der Leiste. Aber das nützt nicht sehr viel. Du hast ja zwei Herzen zu wenig, oder? Eins. 18 von 20. Hm. Okay. Na, wäre gut, sind 10 Herzen. Dann zählt er die halben. Ja, ja, erzähl doch mal was über dein Häuschen, was du hier hast. Mein Häuschen, ja, ich hab' hier schon eine ganze Menge gebastelt, wie man sieht. Also hier ist ja dieses Powerhouse, ne? Also hier, äh, hier ist ein Endertank, der andere steht im Nether, an der Pumpe. So hat der Messerator, der, der Geothermal Generator hier die ganze Zeit eigentlich erstmal genug Energie. Der pumpt voll, ne MFI mit, die 600.000 Buffer hat, ähm, die ihre Energie schneller abgeben kann als ein Geothermal Generator. Wenn ich denn mal wirklich einen hohen Energieverbrauch hab', ist erst der Buffer, äh, dran und geht schneller raus als das, was aus dem GG kommt, sozusagen. Okay. Aber, der hat Medium Voltage. Ich kann die Sachen da oben aber nur mit Low Voltage betreiben, deswegen hab' ich da einen LV-Transformer dran. Ja. Und wie du hier siehst, das ist der, der Electrical Engine für die, für den Pulverizer. Mhm. Der braucht, der braucht einen Redstone und, äh, Power. Ja. Ja, und hier hatte ich mir jetzt vor, ich glaub' gestern hab' ich hier einen Tank gebastelt, der Wasser hochpumpt, ne? Man muss ja in einem zivilisierten Haushalt auch Wasser haben. Ja, ich finde die, die, ähm, die Golden Lanterns schön als Beleuchtung. Ja, tatsächlich. Schöner als die, äh, als die, äh... Einfach nur Torches an der Wind zu catchen. Genau, ja. Oder irgendwie so Redstone-Lampen. Ja, richtig. Ja, dann haben wir, dann haben wir hier halt, da drunter, hier meinen Probier-Laser-Ausprobier-Raum. Oh, ist jetzt nicht sehr spektakulär. Die, die lasern halt hier auf den Assembly-Table, wie man sieht. Und machen Redstone-Chipsets zum Beispiel. Mhm. Oder Pipe-Verkleidungen. Ja, hier die Smeltery, die hast du ja auch schon gesehen, ne? Da haben wir ja schon dein Zeugs gemacht. Mhm. Mhm. Hör mal noch, hier oben. Ja, hier oben der, der Hauptraum sozusagen. Aber der, der wird halt auch nicht mehr. Hier hatte ich halt vorher sonst alles stehen, ganz am Anfang. Mhm. Und hab dann immer weiter ausgebaut. Ja, hier kann man eben seine Sachen reinschmeißen. Die gehen ins Lagersystem. Und die Sachen kann man hier wieder raus-requesten aus dem Lager. Ja, und hier ist die Küche. Küche. Ja, da musst du jetzt die, ähm... Ich schau den Rest nochmal in den... Ja, ja, geht schneller, ne? Ach, der ist schon wieder voller Energie. Ja, das ist ja schön. Dann brauche ich die, also... Ach, da hast du noch, hier hast du noch, äh... Das drin, Cold Dust. Im rechten. Wie viel hast du denn noch über... Ach, gleich schon fertig. Ah ja, cool. Dann kannst du ja jetzt eigentlich aus dem ganzen Scheiß schon mal, äh... Raw Carbon Mesh machen. Ja, wie mach ich das? Äh, schon... Du machst, äh, immer vier. Vier Cold, das sind ein, äh... Ah ja. Dingspumps. Und die musst du dann nochmal, wenn du die alle hast, zu zweit nebeneinander legen, damit das dieses, äh... Die zweite Form davon ergibt, und dann kannst du die in den Kompressor packen. Okay, ab. Was ist der Kompressor? Kompressor steht auch hier. Alles in der Küche. Ja, genau. Dann kriegst du jetzt 14, äh, Carbon Plates daraus. Mhm. Ja, dann kannst du im Prinzip deine Rüstung schon mal wieder ins Lager schmeißen, ne? Dann zieh ich mich mal aus, ja. Juhu. Ich geh nochmal eben laden. So, das ist zwar eigentlich nicht meine Ambitionen hier, aber der Einfachheit halber habe ich mir die Advanced Nano Chestplate schon mal in die Hand gedrückt. Äh, guck sie dir einfach nur mal an. Ja. Advanced Nano Chestplate. Brauche ich einen Nano-Suit Body Armor, Phil? Das ist wahrscheinlich... Mit Advanced Electric Jetpack, okay? Und Advanced Circuit und Glasfiber Kegel. Guck dir mal das Lab Pack an. Lab Pack ist Lab Pack plus Advanced... Achso, du bist die ganze Zeit nur am Craften. Du brauchst bestimmt eine Stunde für das Ding hin, wenn du das so machst. Und Bad Pack und ein... Ja, genau. Ah, ja. Also, das ist schon gut nervig. Deswegen, das hätte jetzt einfach den Rahmen gesprengt, auch an unserer Spielfreude wahrscheinlich. Ja, guck mal. Aus vier kannst du doch schon mal die Boots machen, ne? Glaube ich, oder? Oder brauchen die sechs? Ja. Hier ist auch ein Crafting Table übrigens, ne? Der in der Küche. Ja, okay. Also, falls du nicht immer hinterher rennen willst. Mal gucken. Zup, 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 zup. Und... Achso, ich hab noch keinen Power Crystal gemacht. Ähm... Zup. Ja, du hast das Zeug schon dabei, ne? Ja. Die muss ich aber nicht vorher aufladen, also. Nee, nee. Du kannst auch die unaufgeladene Rüstung benutzen und die kommt einfach nachher in den MFE rein. Okay. Also, der Buffer, der unten steht, der gibt dann seine Energie da rein ab. Okay, gut, das hab ich. So, ich hab schon mal. Ohne Energie bringen die aber gar nichts. Du kannst die aber schon mal laden. Komm mal mit, dann zeig ich dir das Interface direkt. Hier? Ja, beim MFI. Da brauchst du einfach nur rechts klicken und dann zeig ich dir an, was du im Inventar hast. Ah. Die Arma. Und da kannst du einfach reinpacken. So, jetzt lädt er. Ja. Das ist halt, das ist das Schöne, solange man noch nicht eine richtig krasse Stromversorgung hat, dass man so einen Buffer hat, der sich dann über die Zeit wieder lädt, wenn man wirklich mal gerade Energie raushauen muss, dann ist er da. Na ja, und die Logistics Power Junction hat sich schon wieder geladen. Ich kann aber wahrscheinlich immer nur eins laden, ne? Ja, 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 sonst können, kannst du mir natürlich gerne noch vier, äh, drei weitere MFIs bauen, dann kann man alles gleichzeitig machen. Meine Fris ist halt kompliziert. Naja, das ist ja nur der Anfang, das ist ja noch gar nichts. Mhm. Es gibt auch so Geräte wie Filler und, ähm, sowat. Wenn du eine gerade Landschaft brauchst, dann kannst du Landmarks stellen, den mit Dirt füttern und dann macht der alles voll. Also alles, was wir immer so an Schmerzen hatten in Minecraft, ist, äh, alles automatisiert. Du kannst wirklich alles automatisieren, das stimmt. Äh, was gibt's denn noch, was hab ich denn noch so gesehen? Wenn du, wenn du das Lagersystem, äh, nicht mehr so machen willst, dann machst du ein ME-System, das ist alles auf Computer. Ich bin Robocock. Ja, Robocock vor allem. Ähm, ein computerisiertes Lagersystem. Mit Wireless-Fernbedienungen, wo du drauf zugreifen kannst und so. Okay. Genau. Mehr als Kay verstehe ich davon auch noch nicht. Hast du die Trausers gleich schon? Äh, fehlt noch ein Carbon Plate. Ah ja. Vor allem, wie man, also ich hab die Rüstung ja jetzt schon eine ganze Weile. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie ich mir die Kohle vom Mund abgespart hab, ne? Mhm. Isst du auch Kohle? Ja, ja, stimmt natürlich. Äh, Trousers. Ja. Auch auf Land. Jawohl, ja. Und dann, äh, da ich ja in dem Fall jetzt mal so frei war, schmeiß ich dir mal ne geladene rüber. Die kostet nämlich eine Million. Dankeschön. Jetzt müsstest du nur noch deine Hotkeys checken. Ich hab mir die nämlich umgelegt. Aber ich... Machen wir sofort. Okay, dann kann ich erstmal checken. Und dann drückt ihr den Options. Ich glaube, dein Hotkey für, für Fly Mode oder, oder so ist F. Oder bei Default ist der F. Wenn dir das recht ist, lassen da. Ich hab den Jetpack, den, äh, den Jetpack Engine hab ich immer an, der zieht keine Energie. Okay. Und dann kannst du mal, äh, Space und M drücken. Sekunde, F. Jetpack Engine on. Space und M. Und dann bist du im Hover Mode, glaube ich, ne? Also gleichzeitig, du musst es gleichzeitig drücken. Ja. Hover Mode? Noch nicht. Also Space gedrückt halt und dann M. Also gleichzeitig dann, quasi. Es sei denn, äh, das ist bei dir umgestellt. Mode Switch geht ja, das ist irgendwie rot. Ach, hast du irgendwas anderes auf M liegen? Äh. Lichte den woanders hin, wo es dir grad passt. N oder B oder V oder so. Über, irgendwo. Ich schon war nix anderes auf M. Doch. Lokomotive Mode, nee. Auch nicht. Lichte den einfach auf irgendein Key, nee, an der, an der Space-Taste, dass du dran kommst. Kann ja auch Komma sein oder so. Mhm. N ist auch rot. Deine Hose ist voll. Okay. Das müssen wir jetzt nochmal gucken. Warum geht das nicht? Ja, der hat so viele verschiedene Hotkeys, dass es schwer ist, einen zu finden. Aha, der geht. Aber du musst den im Prinzip auch nur einmal drücken. Hast du jetzt Hover Mode? Ach, das soll ich, nein. Verkehrt. Weil ich hab mein Jetpack. Komma will er auch nicht. Mach doch Lokomotive Mode auf L oder so, was weiß denn ich. Ich weiß sowieso nicht, wofür die da ist. Ich hab keine Ahnung. Ach, der liegt beides ohne. Ähm. Mode-Switch-Key, komm mal, so. Hover-Mode enabled. Ja, sehr gut. Du hast jetzt Jetpack-Engine-On-Hover-Mode, ne? Ja. Ja, so hab ich den auch immer stehen. Also so kannst du den auch lassen. Der zieht halt dann langsam Energie aus deiner Rüstung. Du siehst ja Power-Level oder Energy-Level da oben steht da ja. Ist ja jetzt wahrscheinlich bei 99, weil du ein bisschen geflogen bist. Aber das dauert eine ganze Weile, bis das leer ist. Also dürfte okay gehen. Sollen wir nochmal eben pennen gehen? Dann mach ich nämlich mal hier einen Split im Record. Weil das war ja jetzt alles nur Crafting und Gequatsche und so. Dadurch nachher nicht so viel schnibbeln muss, falls ich dann irgendwie mal irgendwo... So, alles klar. Dann mach ich hier mal einen Cut. Tschüssi. Und läuft wieder. So. Yo. Du hast deine geile Rüstung. Ja. Ich seh jetzt auch aus wie Overcop. Ja. Was machen wir denn zuerst? Gehen wir in Twilight Forest. Ich glaub, den kennst du noch gar nicht, ne? Ich kenn noch gar nichts. Du kennst noch gar nichts. Gucken, ob ihr das Portal findest. Ich sag jetzt mal einfach gar nichts. Ist auch gemein. Ich weiß. Ah, wird immer kälter. Ah, immer kälter, immer kälter. Oh, ganz kalt, ganz kalt. Na, komm mal hier rüber. Ich hab dich jetzt ein bisschen irre geleitet. Ah. Hier rein? Ja. Ist er auch da? Ja, ich bin da. Siehst du mich? Nee. Hinter dir direkt. Ach, da oben? Nee, direkt hinter dir. Hier bist du. Hier oben. Was? Nein. Doch. Ich bin aber eigentlich hier. Hier. Hier oben in der Luft. Ja, dann musst du vielleicht ein Augenblickchen warten irgendwie oder so. Äh, ich bin jetzt eigentlich direkt hinter dir. Siehst du mich jetzt? Nee. Ich häng da oben noch, oder was? Ja. Ja, okay, warte. Ich geh nochmal raus und rein. Oh, was ein Baum. Geil. Das wär ja Paradies für mein Baumhaus. Kannst du mich jetzt sehen, hier? Äh. Hm? Direkt vor dir. Nun, du bist ja oben am Baum. Was? Ja, nee. Hier oben müssen. Nicht wirklich, aber okay, egal. Hm. So, ähm. Ja, die Bäume sind krass, ne? Ja. Und ich find das richtig schön hier. Guck mal, es gibt hier, äh. Es gibt hier Forest Ravens. Horror. Siehst du den hier, den Forest Raven? Mhm. Ist natürlich jetzt doof, dass wir uns nicht so richtig, äh. Ja, sehe ich. Ah, jetzt bist du am Boden. Ah, okay. Ja, die sind alle lieb, die Tiere hier. Äh, es gibt jetzt mehrere Sachen. Ähm. Das ist ein Tiny Bird. Trotz oder so? Ja. Äh, vielleicht gehen wir als erstes mal hier in die Richtung. Da gibt's nämlich, ähm, Skeleton Druids. Aha. Die vergiften dich und ziehen dir direkt zwei Herzen ab. Ich hab mir hier so ein paar Waypoints gemacht, äh. Und hier steht halt auch überall Moss Stone und sowas rum. Was richtig schön ist für die Waffen-Enchantments, die ich ja immer gerne benutze. Ja, die ist auch so ein Mononyton oder eine Arme, die ich verstehe. Ja, das ist richtig schön hier. Power Mode heißt, ich steig und sinke langsamer, ne? Genau, du kannst, also nimmst keinen Fallschaden, wenn du runtergehst. Wenn du das Jetpack nur anmachst, dann fliegst du hoch und nimmst mega Schaden, wenn du runterkommst. Weil du vielleicht nicht dran gedacht hast. Was hab ich denn eingesammelt? Ach, Oak Sapling, okay. Hi. Au. Ja, also das ist jetzt das Erste, was ich hier gefunden hatte. Mhm. Mal mit dem Skeleton-Spawner da. Äh, das ist... Wenn wir jetzt in diese Richtung weitergehen... Da war ich allerdings selber noch nie drin. Ähm, hier gibt's Maces. Okay. Mit den Centauren drin. Ähm, ich war da allerdings noch nie drin und ich weiß nicht, wie mäßig das wirklich ist. Wie amazing. Mhm. Äh, wir können uns natürlich aussuchen, ob wir lieber ins Mace gehen wollen oder lieber ins Twilight Fortress. Äh, wir können Mace hier mal ausprobieren. Ja, okay. Oh, hier ist ja noch ein Spawner. Oh, guck mal. Das nehmen wir mit. Achso, du hast ja... Ja, Tin Gravel. Mhm. Steht noch ein Druidenhäuschen. Ist schon cool irgendwie. Ja. Also ich finde das schön hier. Ja, auch dieses... Dieses leicht Dunkle und so, aber nicht mehr. Hier hast du schon die Dears gesehen? Mhm. Habe ich gar keine Lust drauf, die zu killen irgendwie, weil die viel zu cool sind. Wollen wir auch geben die was? Äh, ja, Venison, glaube ich, oder so. Oh, okay. Guck mal hier. Copper Gravel. Schön, 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 schön. Für Käbelchen und so. Ja, genau. Und wieder dringt der Mensch in die Natur, aber die ist kaputt. Oh, ein bisschen Ohr. Mein... Hier ist das Mace oder was? Ja. Und da geht's rein. Also ich hab mir einen Wegpunkt gemacht hier zum Mace-Eingang. Okay. Äh, 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 ich war hier selber noch nie, also keine Ahnung, ne? So, dann. Ja, dann. Mal los. Ja. Ah, ne Spinne. Hä? Was, ein Pinspiel ist. Das ist, das ist ein Horn-Game, oder? Ja. 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 Du hast dich da drauf gesetzt, gerade. Hä. Was? Was ist, äh? Ach, guck mal, Minimap. Äh, ja, ja. Das ist so ein... Ein Slime-Beatle. Oh. Die vergiften dich alle, wa? Ich erstmal dort, warte, damit ich wieder... So. Äh, warte, ich muss die Minimap mal ein bisschen... ...größer ranmachen. Ja, ja, ach, da ist ein Centauri auch. Der rennt doch da schon rum. Da hab ich doch grad schon... Ach, die rennen wie die Bekloppten hier rum, anscheinend. Ja, ja, keine Ahnung, in welche Richtung, ne? Echt keine Ahnung. Oh, okay. Hier ist wieder Eingang, ja. Okay, hier geht's nur einmal quasi im Kreis in die Richtung. Hier ist nochmal ein Pinnspiegel. Ja, ich komm. Du sitzt da voll drauf. Ne, der hat mich in der Zeit, oder? Das ist passiert. Ach so. Und dann kannst du nichts machen, oder was? Der trägt dich dann durch die Gegend. Oh, was ist das? Oh, Chest. Guck mal, ne Chest, ne Chest, ne Chest. Äh, äh. Ist schon irgendwie witzig. Boah. Slimomania hier. Äh, hast du die Chest gesehen hier in dem Gefängnis? Ne. Ne, doch, da ist doch ne Chest. Warum nicht der Teil, wie ne Pressure Plates, oder so? Äh, nö. Naja. Maze, Wafer, Kaktus. Oh, Ironwood, Ingrid, okay. Dann nehmen wir mal alles mit, ne? Zack, 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 zack. So. No. 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 Wie er abhaut. Oh, warte mal, das ist nicht gut, da hinterher zu rennen, eigentlich, glaub ich. Die ziehen einen da doch voll in das Labyrinth rein, ich glaub das ist sau Absicht. So was ist das denn hier? Aha guck mal, da war er. Boah was, Fire Beetle, uahhh, alter, okay, gut dass ich einen Wassereimer dabei hab, lass mal den Arsch kühlen. Warum ist da so viel Licht in der Ecke? Das ist merkwürdig, das mein ich hier, was ist das? Ich hab keine Ahnung. Kann man diese... Oh, der ist ja verrückt. Aber der macht nix, oder? Doch, doch, wenn er einen erwischt hat. Was hat der gedroppt, nur ein Minium Stone? Oder nur ein Shard of Minium? Ja, ein Claw glaub ich noch. Okay... Ne Höhle. Hier geht's nach draußen. Was echt? Ja. Wo bist du? Ach da, ach so. Ah da geht's auch raus, ja ist schon mal nicht schlecht, dass das nicht so weit unterm... Unterm Boden ist vielleicht auch. Okay, Pinch Beetle. Fire Beetle, ne? Oh fuck. Scheiße. Ach, kommen die wirklich auch nur in der Nähe von Wasser vor, die Fire Beetles? Das wär natürlich ein bisschen... Convenient, ne? Ja. Pinch Beetle... Uah! Uah! Sekunde, ich bin ja noch im Slime dran. Ach so, ne man kann den auch... Uah! Alter! 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 Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Uah! Da geht die Luzi gerade, da hinten. Die Spinne. Ja, die vergiften einen so. Was ist das Blöde da dran? Und? Uah! Geil, ey. Wie die auf einmal angecharged kommen. Ja. Ja, die vergiften einen so blöd. Ist doch... Irgendwo höre ich doch schon wieder so'n Typen. Ne, die... Die Bett, die macht ja nix. Sollen wir erstmal da den Eingang weiterlaufen? Hier den. Okay, hier ist wieder so'n Typ. Und... Und'n Creeper, glaube ich. Nein! Uah! Uah! Okay. Ja, das ist... Das geht hier im Kreis. Da können wir gleich wieder hin, ne? Glaube ich. Mach' ich hier ne Torch hin. Hier geht's ja, glaube ich, noch... Oh! Du hast schon wieder Freunde gesucht. Ja, Slime-Beatles. Okay. Ähm. Aber hier ging doch noch ein anderer Gang ab. Hier. Der hier. Aber hier ist auch, glaube ich... Dead End? Ne. Ne, hier... Aber da treffen wir uns quasi im Kreis, mehr oder weniger. Wo bist du gerade? Guck' auf die Minimap. Mach' dir die so groß, dass du in den Gängen siehst, äh... Hier. Genau. Ich war jetzt in die Richtung hier weitergegangen. Ja? Aber hier geht's auch mehr oder weniger im Kreis, da... Verbindet sich nachher wieder mit der Chamber da in der Mitte. Ja, aber dann können wir weiter nach oben rum und dann geht's da weiter. Hier, ne? Also das ist... Wo ist das ein Creeper? Ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob die... Oder? Doch, ja. Mein Beetle und Creeper hier. Oh. Shit. Ja, okay. Äh... Ja. Gut, dass der die... Die Blocks aufreißt. Schon witzig. Mhm. Wer ist... Nee, ist nur ne Fackel. Oh, oh. Und ein Creeper hier. Hallo. Oh. Oh, scheiße. Oh, okay. Oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, warum du sagtest, wir brauchen hier eine Rüstung für. Ja. Also ich war ja selber in den Maze, ist es auch noch nicht. Ich meinte die Rüstung eigentlich nur, damit man hier fliegen kann. Oh, hier ist es. Wow, wow, wow. Das ist so geil. Was hat der gedacht? Eine Goldene Axt oder was? Weiß ich nicht, warte. Ja, Goldene Axt, kannst du haben. Guck mal, hier ist ein Gefängnis irgendwie. Oder irgendein Ding ins Kirchen halt. Äh, Slime Beetle. Warte mal, ich muss... Also, ohne Licht geht das hier gar nicht. Ach, die Maze Slimes, die sind wohl irgendwie anders, ne? Die geben mehr kleine Slimes ab, oder was? Äh, was ist das hier? Aha, toll. Ach du Scheiße, guck mal, was da unten kaputt ist. Oh. Äh, ja. Ne? Das ist irgendwie so ein Minotaur und ein Circle Jerk. Ja, wie ist er da rumgegangen? Äh, ja. Vielleicht sollten wir erstmal hier oben bleiben, oder? Oh, guck mal. Ja, die sind ja gar nicht so schlimm, aber... Ich lasse mal ein Blick. So viel dann dazu. Hahaha, komm lieber wieder hoch. Also viel mehr außerdem ist da nicht... Äh, sollen wir nicht vielleicht trotzdem erstmal auf der Ebene hier bleiben? Ja, ja. Sonst verlieren wir uns völlig. Okay, hier ist schon mal nix interessantes. Ich hab außerdem nur noch neun Torches. Ich hab 31 noch. Ich glaub, hier sind wir im Kreis gerannt, ja. Aber hier ist irgendwo ein Creeper. Irgendwo kommt, gibt's gleich einer, glaub ich. Oder ist das... Ne, das ist Slime. Ach, diese Scheißspinnen. Wie an der Decke, oder so? Weiß nicht. Oh, da... Vorsicht! Ich hab dich geschlagen. Ja, da müssen wir aufpassen, weil ich auf PvP hier nicht... Ja, kann man leider nicht, genau. Oh mein Gott. Da ist so'n Käfig mit irgendwo drin. Das ist wahrscheinlich... Ach, ach so, ja. Für eine Chess drin. Ja, dann gucken wir da mal, oder? Oh, da ist ein Spawner, da hinten links. Oh, hier ist aber ne Menge. Ach, der ist aber zu. Oh. Und Minotoren. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Hier war Dynamit drin. Oh. Zum Glück hab ich die Scheiß-Rüstung an, Mann. Weil es hat noch irgendwie so... ...gemacht und ich dachte, äh... Oh, und dann war da so'n, äh... ...so'n, so'n... ...Trapwire, weißt du? Mhm. Ja, okay. War ja gerade nicht... Oh, Minotaurer. Sollen wir hier den Spawner mal ausmachen? Äh, ist das ein Minotaurus vorne? Ja. Vorsicht, da kommen zwei. Äh, oh, was? Ich hatte hier noch nen Beetle. Uah, ey. Äh, gut, 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 äh. Oh, der hat nen Spoils-Bag fallen gelassen. Das ist schon mal cool. Ähm, das weg. So, Spawner ist weg. Okay. Hier ist auch noch ne Chest, ähm... So. Äh, einen wird reingut. Firefly, Maze-Map-Focus, Steel-Leaf-Boot, Scunpowder, Firefly-Ou. Maze-Wafer. Oh, krass. Ne Steel-Leaf-Plate. Maze-Map-Focus. Aha. Äh, warte mal, ich muss mal eben sortieren. Ich hab ja zum Glück den Golden Bag of Holding dabei. So. Ähm. Die Maze-Stones, das... Das... Oh, shit. Uuuh. Ist das geil, ey. Stell's nicht, wenn man auf die Pressure-Plate drauf hat. Kann schon schief gehen. Ja, genau. Wie wir beide auch einfach erstmal hochfliegen. Okay, warte mal. Ich muss jetzt nochmal eben hier... Ach, da ist ne Pressure-Plate in der Mitte, oder was? Nö. So, Sekunde. Ich sortier nochmal weiter. Erstmal schmeiß ich dat weg, weil ich nicht brauch. Blumen, Blumen. Raw Meath. Me... Was ist denn Meath? Charm of Keeping. Keine Ahnung. Kaktus weg. Das weg. Das weg. Paper. Machen wir was. Machen wir was brauchen. Duck weg. Äh... Apple brauchen wir auch nicht. Da, Tripwire brauchen wir auch nicht. Und Koppel brauchen wir auch nicht. Ähm... Spoils Bag eben gucken. Ach, du Scheiße. Taumium Pickaxe. Bucket of Force. Force Gem. Bread. Wooden Tie. Force Gem. Oblivion Frame. Crowbar. Mhm. Krass. Okay. Okay. Dann, äh... Packe ich da auch mal das, was ich brauche. Pff. Keine Ahnung. In den Golden Bag. So, so. Ich packe jetzt einfach erstmal alles da rein. Äh, nein. Die fackeln vielleicht nicht. Okay. Cool. Hab wieder Platz. Äh, hast du hier in die anderen Kisten schon geguckt? Äh... Ach, das ist die... Ja, die mit der Steel Leaf. Ja, in der... Ja, in der anderen. Die anderen habe ich geradet. Was ist denn Maze Map Focus? Keine Ahnung. Hm. Warte, packe ich auch nochmal eben den Golden Bag. Damit ich hier Platz habe. So, den Wassereimer schön, schön behalten. Genau. Alles klar. Äh, was wollte ich denn jetzt? Achso, Fackeln habe ich nicht mehr. Aber da ist Kohle. Die nehme ich mal eben mit. Ach, guck mal. Hier ist Bad Rock. Sollte man hier sich nicht rausgraben kann, oder? Mhm. Okay, ähm... Sticks habe ich auch noch. Da mache ich schon mal. Wenigstens habe ich jetzt wieder 14 Fackeln. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe auch nur 30. Ähm... Wo ging es denn überhaupt weiter jetzt? Da ist Gold noch im Boden. Oh nein, jetzt habe ich wieder den ganzen Scheiß eingesammelt. Fuck. 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 So, Gold nehmen wir auch noch mit. Zack. Stell ich mich mal hier auf die Pressure Plate, kann ja nichts passieren. So in etwa. So, ich war ja hier südlich gerade rein. Äh... Hier. Äh, was? Ja, du... Achso, ja, okay, ist im Prinzip wurscht. Sind wir hier nicht hierher gekommen? Nee. Nee. Ach, hier... Äh, Vorsicht. Weil da... Also, rechts an der Seite war gerade der Tripwire. Vielleicht muss man das auch einfach von etwas weiter weg looten. Ach, ne. Ja, da ist ein... Du hast es schon ausgelöst. Weil die Items da drauf gefallen sind. Das war die Kiste. Ja. Die, äh, Frames sind da drauf gefallen. Ja. Nee, hier ist nochmal ein Fackelraum, da kannst du nochmal ein paar mitnehmen. No. Das stimmt eigentlich. Alter, wie die Slimes auch droppen, ne? Mhm. Das ist eigentlich richtig cool, weil mit Slime kannst du dir auch irgendwie Sachen modifizieren, also die Waffen. Ich weiß, Slime war in Vanilla Minecraft ja immer gut, wegen Sticky Pistons. Ja, genau. Oh, hier ist noch einer. Ich habe auch hier gestern, als ich den Wald erkundet habe, habe ich eine Kingspider getroffen. Die hatte so einen, äh, so einen Skeleton Druid auf dem Rücken. Okay. Okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da ist ein Enderman drin hier, oder was? Nee, oder über uns. Das ist ein Enderman drin. Okay, hier wird irgendwas auf der Map angezeigt, der da was ist. Dass ich nicht entziffern kann. Ja. Ich fahre aber hier irgendwie durch. Nee, das sieht aus wie ein Minotaurer auch. Ach, das ist so ein Fire Beetle. Ja. Ich dachte, das wäre irgendwie... Gehen wir erstmal hier weiter dann, hier? Äh, waren wir noch nicht schon? Nee. Oh, okay. Das Lighting Bug. Jetzt. Hinter uns kommt auf jeden Fall so ein Typ, glaube ich. Hier ist wieder eine Chest. Achso, nee, achso. Das ist... Warte, ich komme. Pass auf mit den Dingern, ne? Ja. Der sehe ich aber auch noch keinen Tripwire. Ja, man hört sie ja auch. Zur Not. Nee, ich glaube, der ist eher auch hier. Ja, da ist einer. Ups, was war das? Ach, du hast mich gehauen. Ja. Ist da Tripwire? Ja. Wo denn? Direkt davor. Ach da, jo. So. Ironwood, Ingrid, Golden Apple, Charm of Keeping. Ich nehme mal die Ironwood, nehme ich mal mit. Willst du den Golden Apple haben? Ja, ich habe schon einen. Den Charm of Keeping. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nehmen wir uns mal mit. Ich kann gerade nichts mehr da tragen. Ich will jetzt nichts wegschmeißen. Was, was das ist denn da noch drin, wichtiges? Charm of Keeping. Achso, ja. Moment. Charm of Keeping. Und dann schmeiße ich jetzt mal weit weg, ne? Hup. Oh Gott. Ach, das löst auch aus, wenn da Items drauf liegen. Okay. Das ist ein Fire Beetle. Boah. Der fällt jetzt auch rein. Ja, tschüss, Fire Beetle. War das jetzt eine Sackgasse hier? Oder geht es da? Hier geht es weiter, ne? Hier geht es mal weiter. Upp. Hi. Okay. Vorher ist es eine kleine Explosion gewesen, ne? Ich vermute mal, dass es irgendwo hier da weiter ging. Geradeaus, ne? Hier so. Hier waren wir, glaube ich, nämlich noch nicht. Oh, zwei fette Slimes. Yeah! Ausrasten! Wie viel Schleim man hier kriegt. Richtig cool. Okay. Okay, Spinne. Creeper. Soll ich mir nur draus. Nein, nein, nein. Boah, die Experience. Ah, jetzt wieder ein Schatz. Ja, vorsichtig, hier ist mehreres los. Ja. Müssen wir mal gucken, ob hier nicht... Wo war denn die Pressure Plate vorhin? Die war in so einem Käfig drin. Okay. Was ist das für ein... was spawned hier? Minotauron, okay. Ja, wir haben nochmal Steely Boots. Ich hau mal den Minotaurons vorne weg. Ja, genau deswegen. Alter. Äh, was haben wir denn jetzt hier? Feines. Äh, Steely Boots, Steely Helm. Cool. Und nochmal so'n Maze-Teil. Gunpowder und Fireflies brauchen wir erstmal nicht. Wir haben Milch einmal voll. Was macht man, wenn man Milch einmal in der... ...Bubberin findet? Auch trinken geht nicht. Aber ich kann Milch gießen, guck. Pff. Jetzt hab ich den ganzen Scheiß wieder eingesammelt, warte mal. Jetzt hab ich jetzt gebufft oder so. Ach, Haste haben wir. Wenn man in Milch badet, hat man Haste? Ja. Okay. Verstehe. So wie Cleopatra auch. Ja. Braucht man Minimum Shards? Äh... Pff. Nicht unbedingt. Äh... Hast du... Ach, du hast schon reingekommen. Du hast den Rest hier abgecheckt. Ich schmeiß hier gerade ein bisschen... Bisschen Schott weg. Jaja, ich... Ich mach das jetzt auch mal. Ist wieder ne Pressure Bleckung. Ja, warte mal. Ich... Ich schmeiß auch mal eben Shit weg. Was brauch ich denn hier von? Paper kann man selber machen. Das brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Das... Äh... Doch, vielleicht. Ne, die kann man auch selber machen. Äh... Das... 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 Okay. Äh... Das nicht. So. Okay. Da ist ne Pressure Bleck drin. Ja. Okay, ähm... Welche Richtung? Westen? Ja. Wirst du die jetzt wieder sprengen hier oder was? Oop... Weg. Ja, hatte ich auch. Okay, da kamen wir her. Nix. Hier sind mehrere Minotauren. Ja, aber ich glaub die sind unter uns. Ja, kann sein. Na, einer kommt doch... Einer flitzt doch da rum. Ja, da flitzt er doch. Da ist er doch. Wie cool die Dinger sind. Ich komm ja nicht vor. Voll super. So. Ähm... Okay, Firebeadle. Oder? Ja. Okay, hier ist ne Endstation. Okay, hier ist ne Endstation. Hier ist noch mal ein Fackelraum, da hole ich mir nochmal was ab. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man in dem Maze so lange beschäftigt ist, also ich glaube, es gibt ja tatsächlich wirklich noch ne Etage darunter, ne? Ja. Ja. So, 44 Fackeln. Boah. Äh, ja. Ja, ja, genau. Das ist das Ja. Du müsstest schon einen Creeper irgendwie zur Strecke bringen oder so. Ah, hier ist Ende. Da ist noch so ein Dingsbums-Beatle gleich. Oder? Ne, der ist auf eine dritte anscheinend. Da ist auch unter, ja. Einen Slime. Ich versuch gerade da unten hinzukommen, weißt du, dieser untere Gang, der ist noch anders geleuchtet. Äh, ach da! Äh, ach so, ja, ja, da müssen wir... Da ganz rum. Aber der geht auch nur da in diese Schatzkammer, wo wir gerade waren. Ja, ne? Wo ging's denn runter? Okay, hier ist auch Ende Sekunde. Warte mal eben, nicht dass wir uns verlieren. Hm. Ja. Ach, hier ist das mit dem, ja. Das ist auch nur so ein Durchgang, ne? Ja, können wir mal... Und vielleicht ist da noch irgendwas auch... Ich glaube nicht. Alter, der Mace Stone, ne? Mhm. Krass. Ne, hier ist nix. Mal wieder in diese Schatzkammer. Ah, ich hab einen abgebaut. Wir sind doch von hier gekommen, ne, glaub ich. Guck mal, da ist auch noch... ...n Gang, aber da ist auch nur so ein Beetle drin, ja. Ja, ja. Ach so, das hier, wo gesprengt wurde, da haben wir eh ein bisschen die Pferde verloren. Ah, hier ist doch... Ja, der zählt auch nicht weiter, ne? Hier waren wir noch nicht. Ach so, ja, das ist auch nur wieder der Gang. Von wo sind wir denn da durchgekommen? Hm. 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 Guck mal, hier haben wir noch gar nicht. Ja, stimmt. Hier ist auch Spinnenabfuck wieder, ne? Oh, der hat einen Spoilsback gebucht. Guck gleich mal rein. Die Sachen sind eigentlich immer gut, die in den Spoilsback sind. Bucket of Force? Crowbar, Brot? Bucket of Force ist jetzt nicht so besonders doll. Kann halt Power machen in nem Combustion-Engine, glaub ich. Ich bin aber nicht sicher. Ähm... War das... Waren wir hier nicht zu Anfang, wo der... Kann sein, wohl, weil das erstmal ein Fire Beetle kam. Hast du das auch, wenn du die Dinger anguckst, dass die weggehen? Ja. Okay. Okay. Hier ist wohl Ende. Äh, zumindest haben wir jetzt das obere Quadrat einmal erkundet, glaub ich. So, wie's aussieht. Ja, da oben ist noch so ne Gendel hier nur so. Achso, der kam von oben. Das scheint da auf zu sein. Jupp, hier ist auch schon. Na, das ist gut. Vielleicht sollten wir erstmal raus. Und nochmal von neu rein, oder so. Wollen wir mal. Oder wir gucken uns alternativ mal die Festung an. Ja. Ist mir wumpe. Ich glaub, Maze haben wir erstmal genug gemacht. Ja. Vielleicht sollten wir am besten mal komplett zurück... Komplett zurückgehen, die Sachen abladen und dann, ja. Dann macht ihr doch am besten jetzt auch gleich mal direkt ein Waypoint. Äh, einmal fürs Maze hier. Maze ist... Da, hinten, in dem Berg. Äh, komm doch mal eben mit bis zu dem Berg, da du weißt, was ist. Waypoint war auf Plus neben Enter. Ich hab hier auch noch ne Quest-Ram gefunden. Da ist ein riesiger, großer Widder drin. Und, äh, dem musst du eine Wolle von jeder Farbe geben, dann gibt er dir irgendwie ne Belohnung. Okay. Äh, Waypoints. Hier Waypoint. Maze. Okay. Alles klar. Twilight-Portal sind 500 Meter in die Richtung. Oh. Übrigens sind in diesen Bergen wohl auch irgendwie Höhlen mit Gegnern. Weißt du, was cool ist? Komm mal hier eben mit hoch hier dran an diese... an die Blätter. Hörst du das? Ja. Das sind diese Fireflies oder Cicadas oder so. Irgendwo sind hier auch Cicadas dran. Da unten. Hier. Hier. Guck mal. Die Noten vor allem. Dann können ja auch, dass Feuerfly dran sitzt. Ja. Ach ja, genau. Ich hab ja auch noch welche. Dann können die hier weiterleben. Äh... Nee, hab ich doch nicht. Ich dachte, ich hätte die mitgenommen. Puh. Ja, cool. Ähm... So, weiter. Ich find das schon irgendwie knuffig gemacht hier. Die ganzen Tiere sind cool. Ach, genau. Guck mal, dat ne... Ah, ja, genau. Ah, dat nehm ich gerne mit. Ein Lapislazu, die Block. Zack. Hier ist noch einer. Ja. Da unten war schon das Portal. Wir sind schon dran vorbei. Kannst du dir am besten auch noch ein Waypoint setzen fürs Portal, ne? Mhm. Okay. Bist du schon durch? Ja, ja, ich bin schon wieder drüben. Wie macht man so ein Portal? Ja, jetzt wirst du mir auch angezeigt, als würdest du unterm Boden laufen. Ja. Naja, gut, ist doch egal. Äh, das Portal ist witzig. Du machst, äh... Du musst die zwölf Blöcke Dirt machen. Ich hör dich, aber ich seh dich nicht. Naja, wahrscheinlich sinkt der gleich. Ähm... Die zwölf Blöcke Dirt machen. Die musst du mit Blumen besäen. Dann musst du da diesen Pool Wasser reingießen. Und ein Diamant reinschmeißen. Dann blitzt es. Dann ist es fertig. Okay. Das ist ziemlich witzig. Hallo. Wir gehen in die Twilight Fortress. Und er kommt die Treppe nicht hoch. Back, 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 back. Ha, siehst du. Wir gehen ins Twilight Fortress. Juhu. 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 Ja, du bist wieder da und ich seh dich wieder nicht. Ach, jetzt hängst du über mir. Cool. Ja, egal. Wir müssen Richtung Westen. Und zwar eine ganze Ecke. Um genau zu sein, noch 960 Meter. Äh... Ich weiß nicht, ob wir fliegen sollten. Ist wahrscheinlich besser. Ja, das Jetpack, man gewöhnt sich da sehr schnell dran, finde ich. Ach, da kann ich dir eigentlich auf dem Weg auch noch die Questram zeigen. Mit dem riesigen Bock, der da drin rumgammelt. Falls der noch da ist. Ach so, das ist die Fortress, ne? Äh, hier ist ja noch eine Fortress. Okay. Cool. Mach ich mir mal einen Wegpunkt. Das ist auch eine Fortress, ja. Die hab ich nicht gefunden vorhin. Ja, mach ich mir mal einen Wegpunkt. Sekunde. Äh, ich glaube... Ich weiß nicht genau, was da drin für ein Gegner ist. Wahrscheinlich Twilight Liches oder sowas. Äh, so... Waypoints. Fortress, nur Waypoints. Sekunde. Ah, können wir auch in die gehen, dann brauchen wir gar nicht mehr so weit. Aber ich wollte doch noch eben zur Questram. Da drin. Also, das ist eine Frage. Aber ich glaube, das ist eine Vorsprung. Und dann, wir kommen ja. Und dann, wir kommen. Und dann, wir sehen. Und dann, wir hören. Und dann, wir können das mal. Das sind ja Pilzbäume hier. Ja. Jo, da ist er noch. Ich weiß nur noch nicht so ganz genau, wie man mit dem interagiert. Rechts klicken oder so bringt halt nix. Na jedenfalls muss man dem Wolle schenken und dann gibt er einem was. Ich weiß nur noch nicht so ganz genau, wie man mit dem Wolle schenken und dann gibt er einen Wolle schenken. Ja, dann nehmen wir die Fortress. Gut, okay. Ah, Chester wieder bei 95%. Joa. Geht's denn hier rein? Es gibt keinen Eingang, musst du uns reinbuddeln. So. Denk mal hier bei dem Cobblestone sollten wir wahrscheinlich rein, ne? Na gut, da ich den ganzen Scheiß von Craft noch dabei habe. Äh, welchen Scheiß? Die Slime-Parts und so. Achso, naja. Oh, eine Bücherei. Wenn irgendwo ein Schild steht mit, ich mag Popos, weiß ich nicht. Ja. Das ist ein Skelett. Ja, die werden hier noch öfter vorkommen, nehm ich mal an. Ach, hier ist ein Spawner. Äh, ein Skelett-Spawner. Ach, Child bei mir. Hast den Spawner schon abgerissen, ne? Ja. Ach, Child, Pech gehabt. Ist mir egal. Äh, da oben ist glaube ich auch Bibli-Bücherei. Vielleicht sollten wir die Dinger einfach mal mitnehmen hier. Weil Bücher sind ja eigentlich ziemlich teuer. Mhm. Kann ich da auch hier, warte mal, kann ich jetzt die Lama-Ex benutzen? Bäm! Kannst du doch ganz ins Regal auf dem Popos, ja. Ja, wie alles durch die Spinnweben droppt. Gut, dass ich kein Schwert dabei hab für die scheiß Spinnweben hier. Äh. Also Hover-Mode ist mal echt nice, da musst du ja echt überhaupt keine Gedanken mehr über Falsch warten. Ja, genau. Richtig cool. Oh, was sind da? Ja, die Battle-Exparen. Ah, Bücher. Ja, aber... So, schaden auch die nicht hier. Ne? Alter! Was ist denn hier los? Komm zurück, wuchsch. Erstmal hoch. Erstmal fliegen. Was geht denn hier ab, ey? Alter. Also meine Macht, äh, sechs Schaden. Wo kommt die denn her? So. Müssen wahrscheinlich hoch, wa? Oder? Oh, nee, hier. Oh, nee, hier. Die kommen von oben. Oben? Ja, hier irgendwo. Ah, hier ist ein Zombie-Spawner. Weg. So. Äh, waren wir unten schon in allen Räumen? Nee, nee. Oha. Okay. Da sind wieder Bücher her. Das ist gut. So, ein bisschen mit deiner Lomba-Exparen, ne? Ja. Ka-wum-wum. Wo sehe ich wie viel Schaden meine Battle-Exparen macht? Äh, das kannst du, glaube ich, nur in der Tool-Dingsbums sehen. So. Bin mir aber nicht sicher. Das kann auch sein. Nee, nee, geht nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, sonst kann man das nicht sehen. Bücher, Bücher. Oh, da ist ein Chest. Mit Transformation-Powder. Okay. Iron Leggings mit Protection 1. Gold nugget. Empty map. Exeg. Ich packe dir mal die ganzen Slime-Tool-Pots rein. Ist Zeltus Quartz-Block sehr teuer? Hm, ja, schon. Okay, dann warte ich den noch. Aber die Slime-Parts kann ich ja da reinpacken, ne? Da oben ist nix, oder wat? Da ist nur Deckel. Okay. Ja, ja, gut, diese kleinen Slime-Parts. Okay. Das ist ja jetzt halb so wild. Bist du da runter? Jo. Da rennt irgendwo ein Skelett rum. Dö. Oh, hier sind noch mehr, äh, Bücher drin. Und noch ein Chest. Mit Potion of Weakness, Potion, Awkward Potion, Waterbottle, Iron Sword, Bane of Arthur Pops. Hier ist Golden Sword mit Smite 2 und Fire Aspect 1. Golden Boots mit Protection 2, Blaze Powder 3, Sugar, Waterbottle, Cactus und Potion of Regeneration. Okay, cool. Warte mal, ich packe mal die Bücher. Dann tritt er wieder auf den Trip, oh ja, wahrscheinlich. Äh, ich packe mal eben ein paar Sachen wieder in die Golden Bag. So. Gut. Ach, der Kiel ist immer reingekommen. Ja? Achso. Hm. Äh, ne, falsche Axt. Die hier. Boah. Die ist alles zerfliegt, ist geil. Jo, so. Bücher gefarmt, Bücher wegpacken. Alles klar. Hier ist cool, lass hier mal rein. Ach. Ich weiß aber nicht, was da oben ist. Gar nicht, wenn wir raus sind. Bücher? Okay. Jede Menge Bücher. Wo bist du denn? Ach, bist du schon? Ach, du bist da hochgeflogen. Oh, krass. Okay. Boah. Ja. Äh, sollte man sich schon nicht entgehen lassen, glaube ich. Oh, ich dachte jetzt, jetzt ist hier drin irgendwie noch eine, innen drin noch eine Chester oder so. Nein, scheinbar nicht. Ja, hätten wir das gewusst, hätte ich auch eine Lumber-Axe mitgemacht, ne? Ja. Wie sie wegfetzt. Schon schön. Oh, was ist denn da oben für Licht? Ach, hier geht's wieder raus. Okay, das gehört schon zum Dach. So, nochmal ein paar Bücher wegstecken hier. Boah, Alter. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Fast 15 Stacks Bücher. Nein. Da sollte man wohl hinkommen. Okay, also war das hier mehr oder weniger so ein Weg in die Bücherei. Da geht's wohl nicht weiter, ne? Ne. Okay. Okay, dann wollen wir hier in allem mal gehen. Gehen wir hoch. Jo. Kann ich ja noch mitnehmen. Löcher in der Treppe. Aha, Skeleton-Spawner. Äh, und hier, warte mal, den hauen wir auch mal schön weg. Äh, was schießt da? Ist das dieses Buch da? Was ist das? Ist das Toom? Äh, ja, vermutlich. Äh, hier ist ein Ohr, der ist irgendwie nutzlos. Wo ist da oben, ist ein Buch. Wo kommen die denn durch? Ich bin schon wieder da... Hä? Wo kommst du denn schon wieder her? Ich hab doch gerade deinen Spawner weggemacht, Kollege. Oh. Boah, wie hart nerven die Skelette, ne? Also, gehen wir erstmal nochmal weiter hoch. Da wird ja irgendwo noch ins Vorhine sein, wahrscheinlich. Nehme ich mal an, ja. Und das Toom? Oh, da oben ist... Was haben wir denn da oben für Leutchen drin? Oh! Twilight Lich, okay. Äh, man kann das Schild nur durchbrechen, indem man, äh... die Dinger zurückreflektiert. Auf den mit den Schilden. Die anderen beiden sind Illusions. Na komm, schieß auf mich. Wir müssen versuchen, die Dinger zu reflektieren. Aber der hat schon nur noch... Ja, ja, ja. Oh, ich bin auch fast da. Ja, du ziehst die ganze Agro auf dich gerade. Oha. Wo ist er? Ja, nicht. Wo sind die echte hin? Der hier runter? Ne, die anderen beiden sind ja Illusions. Ne, ob der hier runter ist oder so. Ja, hier unten ist er. Warte, ich komm. Wo unten? Alter, die Treppe runter. Ach, da. Oh shit. Scheiß, wo kommt denn die Scheiß-Zombies alle her? Ja, jetzt wieder schon. Ja, jetzt vor allem alle mit Rüstung. Wo soll er denn jetzt mit der hauen? Ja, hau den lieber nicht, sonst teleportet der ja. Aber der hat nicht mehr... Ach, der hat keine Rüstung mehr. Okay. Ja, ja. Alter, die Zombies. Guck mal weiter, ob ich jedenfalls spawner kann. Muss draußen sein. Sieht aus wie draußen. Wo ist der Litch denn jetzt hin? Ist der wieder oben? Ist, ne, ist noch ne Illusion. Wird der wohl irgendwo runter teleportiert sein? Wo kommen denn die Zombies her? Da unten ist er. Tot. Nice. Oha. Was gab es? Warte. Scepter of Twilight mit 99 Charges. Golden Chestplate, Golden Chestplate, Golden Helmet mit Blast Protection 3. Krass. Lich Trophy, Golden Sword. Und Scepter of Twilight. Cool. Krass. Ja, können wir hier mal looten, ne? Noch? In Ruhe. Ich mach mal noch ein bisschen Licht. Vielleicht liegt das auch einfach am Lichtlevel. Aber so viele Zombies. Passieren doch sonst auch nicht. Ah, hier ist noch ein Spawner Room, glaub ich. Oder? Oder auch nicht. Kannst du mal mit deinem Schwert, bitte? Ja, danke. Ne, ist nichts. Wo kommen die denn dann her? Hier? Hier? Ne, hier war ich schon. Hier ist nichts. Na, irgendwo höre ich die nämlich noch. Äh, runtergefallen? Äh, keine Ahnung. Äh, hier ist noch ein Ruhm? Wo bist du denn? Eher oben oder eher unten? Ach da. Ja, eher weiter oben. Hä? Hab ich doch gerade noch gesehen. Ach da. Ach. Wo bin ich jetzt in so einem Turm, aber da ist. Ne, hier ist kein Spawner. Ja, hier kommen die alle her, hier unten. Hier ist schon wieder Spawn Party. Die fallen irgendwo raus. Warte mal. Hier sind schon wieder drei auf der Treppe. Ja, ja, die sind gerade hier bei mir runtergefallen. Das heißt... Aha, hier könnte es sein. Destoom zuerst, dann zum... Ich glaube, ich... Also ich hab hier noch einen separaten Dings gefunden. Wo bist denn du? Bleib eher oben, eher unten? Äh, eher oben. Wenn du zu dem Raum gehst, wo der Litch war... Da ist noch ein kleiner Seitenraum. Was war das? Ein Creeper? Creeper, ja. Äh, ja. Der Raum, wo der Litch war, oben. Ja. Und dann hier. Also hier hab ich noch nicht alles abgesucht. Okay. Beziehungsweise hier ist nix mehr, aber... Wir sind wieder Bücher. Oh, ein Labislav zu dem Block. Danke. Keine Ahnung, wo die alle herkommen. Ja, noch mehr Bücher muss jetzt auch nicht sein, äh. Ne, was ist denn hier? Achso, hier ist wieder... Ja, hier kann man noch Bilder mitnehmen. Die Bilder sehen sogar ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ich war gerade in einem anderen Raum drin. Oh, jetzt Blue's Line. Okay. Jetzt zurück. Hier war der Creeper drin. Äh, wo bist du jetzt wieder hin? Komm, ich komm in das Treppenhaus. Ach, da. Ja. Okay. Achso, einfach da weiter, ja. Aha. Aha. Da war. Nix. Diese einzelnen kleinen Türmchen sind das wahrscheinlich, ne? Hier ist noch ne Bücherei. Ja, hier sind Büchereien sind hier überall drüber, glaube ich. Vielleicht sind die auch wirklich hier aus den Dingern rausgekommen, aus den Winkeln rausgekommen. Oh, äh. Äh, als sie gemerkt haben, wir haben den Lich angegriffen oder sowas, weiß ich. Achso, meinst du, die waren da schon alle drin? Ja, und dass die dann Aggro gezogen haben. Boah, Alter, ey. Das ist auch, glaube ich, einfach zu dunkel da. Da ist schon wieder so ein scheiß Skeleton. Ja, hier ist auch noch Party. Ja, hier ist auch noch Party. Was hat der denn auf dem Kopf? Siehst du das Geläch? Ja, da ist doch ein Zombie-Header. Ja. Was zur Hölle? Muss man eben was essen, schnell. Unter dir ist noch ein Zombie-Agro. Guck mal hier hoch, hier geht's noch weiter. Hier? Jo, da steht ein Pilz in der Mitte. Ach ja, guck mal, hier geht's tatsächlich. Hier ist ein Spawner. Zack, Zombie-Spawner, jo. Weiß ich nicht mehr, wo du bist. Äh, ach. War schon richtig. Hier, hinten. Hier. Da schießen sich die Skelette gerade gegenwärtig ab, weil die mich anschießen will. Ja, das Skelette ist auch noch hier. Ich kann jetzt gerade nichts machen, weil du vor mir stehst. Ich will dich nicht mehr auch noch... Ruhe. Okay. Aber ich glaub jetzt... Ach nee, da waren wir noch nicht, glaub ich. Aber jetzt auch nichts mehr. Dann hier. Raum mit Sand und nem Busch. Ja. Ja, keine Ahnung. Hier oben ist... Wenn hier jetzt noch irgendwie... Was ist da dran? Fire Charge. ...Leute wohnen würden, würde mich das noch wundern. Transformation Powder. Keine Ahnung, was man damit macht. Oh, gucken wir mal weiter, oder? Ich glaube... Also vom Gefühl her ist hier nicht mehr viel zu holen. Ein Satwa hat schon? Ja. Also die Lichs sind auf jeden Fall die... ...die Endgegner hier. Nein, guck mal, ich... Oder der Lichs. Ich hab hier gerade die... ...Fortress, bin gerade draußen. Ich guck mir die mal von draußen an. Ja. Ich nehm noch Glowstone mit. Ja, Tatsache. Wart schon. Mehr oder weniger, also gibt's immer noch so kleine Türmchen, aber... Ja, ja gut, die kleinen Türmchen, die halten ja anscheinend nicht viel. Wenn man sich die so anguckt. Ich nehm in der Zeit noch Glowstone mit, der hier rumhängt. Aber man könnte jetzt noch jede Kleinigkeit hier... ...checken, aber ich verwarne es nicht. Ja gut, das stimmt. Oder man geht einfach in der nächstmöglichen Möglichkeit raus. Ja. Außerdem, die Lichs haben wir ja schon besiegt. Wir haben ja das Scepter of Twilight schon gekriegt jetzt. Du draußen? Ich bin ganz oben auf dem obersten Steyr, doch nicht ganz jetzt. Ach, da. Nice. Ja, denn. Ja, denn. Zurück, wa? Ja. Äh, grün. Twilight Portal da. Wobei halt, es ist halt schon spaßig, ne? Da ist ja schon mehr zu tun als... ...als früher. Ja, ja, schon, klar. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es hier noch viel mehr gibt im Twilight Forest, der nur einfach so extrem unübersichtlich ist. Mhm. 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 Weil ich weiß, dass es hier... Na, ich müsste gleich nochmal eben googeln. Beziehungsweise ins Wiki gucken. Es gibt nicht nur die Lichs. Es gibt ja auch noch... Wir hatten ja schon mal ein bisschen rumgespielt da mit der Naga und so. Die gibt's hier auch. Naga und der... Die, äh... Die, äh... Ja, der... Und in dem Maze ist, glaube ich, der große, äh, Sensua auch drin. Mhm. Mhm. Und so ein Jetpack hält der Bock auch doch gut lange. Ja, schon, also... Und die Rüstung hält auch gut was aus. Also ich weiß, dass dieser, dieser Lich, der macht schon ordentlich Schaden. Normalerweise. So, jetzt erstmal wieder das Zeug aussortieren. Also, ähm... Ja, erstmal, erstmal wegschmeißen, weil ich nicht mehr brauche. Also, Rotten Flesh weg. Äh, Mushrooms weg. Eine Treppe weg. Äh, äh, okay. Alles klar. Die ganzen Bücher. Also, ich guck mal in den Spoilsback rein. Ach, hast du noch nicht. Äh, willst du ein Tier, Tier, Golding mit? Äh, Spolz. Äh, nee, mein Golden Bag of Holding. Ach du Scheiße. Okay. Achte mal auf die Bücher, die jetzt da reingehen in die Kiste. Ja, haben wir was zu lesen. Ja. Ja, dann lassen wir ihn einfach jückeln. Jo, jo. Gut, dass der Chunk... Ah, ich müsste hier eigentlich mal einen Chunkloader hinstellen. Damit der seine... Naja, gut, das bringt jetzt auch relativ wenig. Er muss erst wieder buffern. Hm. Wie macht man denn einen Chunkloader? Ich hab einen im Nether stehen, damit der die Lava rüberschieben kann. Ah. Gold, Gold, Gold. Gold, Gold, Enchantment Table in der Pearl. Okay. Äh, ich mach erstmal hier Schluss jetzt mit der Aufnahme. Jo. Tschö.